Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Boy Daylight mit dem Clown. Es wurde sich gewünscht, dass ich mal den Clown spiele. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe den Clown bis jetzt nur einmal gespielt oder zweimal. Das war am Anfang, wo er rausgekommen ist. Ich bin, glaube ich, richtig, richtig... ...richtig schlecht mit ihm. War ja nicht jemand? Nein. Nein. Ich bin, glaube ich, nicht wirklich gut mit ihm. Ich gebe mein Bestes, wie immer, aber ich muss mich jetzt mal mit ihm reinfuchsen. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich finde ihn immer noch schwierig zu spielen. Daran hat sich wahrscheinlich auch nichts geändert. Und hier sind so viele Paletten. Das ist so toll. Das ist eine Map, glaube ich, die wird mir sehr viel Spaß machen mit ihm. Komm her, Mäuschen. Komm her, Mäuschen. Da ist eine andere Maus. Ich habe Tanatophobia. Sie lohnt sich das jetzt, die... Und sie ist da lang gelaufen. Und ich habe nur Scalling. Da, guck. Oh, mein Gott, das war gut. Oh, was war das denn? Oh, mein Gott, das war richtig gut gespielt jetzt. Es tut mir so leid, aber ich bin gerade richtig überrascht davon. Krass. Oh, ich habe kein... Ich habe kein... Ich habe kein... Barbecue und Chili. Krass. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich jedes Mal den Wurf verkackt habe. Und zwar jedes Mal. Ähm... Als ich ihn das letzte Mal gespielt habe. Und das ist jetzt hier nicht passiert. So, es tut mir leid. Ich habe kein Barbecue und Chili. Deswegen bin ich jetzt hier oben und gucke, ob hier jemand ist. Und ich meine, meistens gehen die Sonne erkennen lang. Hier aber jetzt wahrscheinlich nicht nur, warum auch. Okay, ich habe keine andere Wahl, als zurückzugehen. Ich habe gar keinen Anhaltspunkt. Das ist natürlich echt kacke, dass ich... Boah, die hätte ich fast nicht gesehen, ne? Ohne Witz, die hätte ich fast nicht gesehen. Die war so... Oh, wow. Boah, krass, sind die langsam. Oh, wow. Oh, wow. Oh mein Gott, sind die langsam. Okay, der macht Spaß. Ich fülle jetzt nach. Sie hat nämlich wahrscheinlich... Ähm... D-Strike. Und? Ach, setzt sie wahrscheinlich nicht ein. Ich nehme an, sie setzt es jetzt nicht ein. Ich glaube, der Oma Puschinski. Der war hier. Oh, warte. Oh, hat sich nicht... Oh, hi. Oh, krass. Es ist so krass, wie langsam die ist. Heftig. Hi. Oh, ich glaube, damit hat sie nicht gerechnet. Nope, damit hat sie nicht gerechnet. Ist geil, wie der Clown lacht. Es ist richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Ich glaube, mit, ähm, Barbecue und Chili wäre ich auch noch ein bisschen besser. Wie gesagt, ich kann leider gar nicht einschätzen, wo die sind. Ja, das macht es jetzt hier gerade so ein bisschen kaputt, glaube ich. Ähm. Weil er einfach so jetzt... sehr langsam unterwegs ist, weil ich nicht genau weiß, wo ich hin kann. Oh, Leute, hier ist keiner. Okay. Oh, warum hat die jetzt... Warum hat die jetzt... Hä? Warum hat sie nicht sofort geschrien? Oh. Das habe ich nicht hinbekommen. Ach, falsche Seite. Dumm von mir. Ich habe auch nur noch eine Flasche. Jetzt muss ich... Der Generator war ziemlich weit, oder? Ja, und den verkacke ich jetzt. Nein, den habe ich nicht verkackt. Oh, habe ich nicht verkackt. Oh, ich dachte, ich hätte die Flasche verkackt. Ich dachte, ich hätte den Wurf verkackt. Huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui schon ein bisschen weiter sind, dann gehen die nämlich deutlich zurück. Das darf ich nicht vergessen. Tatsächlich. Da läuft eine Nähe weg. Guck mal. Mal gucken, ob das jetzt was bringt. Schauen wir mal. Hi! Ja, die hatte ich hier irgendwo gesehen. Ich dachte eigentlich, das... Ah, das war mir klar, dass sie jetzt da runter springt. Hi! Oh mein Gott. Okay, der macht Bock. Ich hätte... Krass. Ich werfe die Flaschen jetzt aber auch anders. Ich habe jetzt schon öfter gegen ihn gespielt als Survivor jetzt natürlich. Oh, ich bringe dich jetzt einfach hier hin. Und das ist mir mal aufgefallen, dass die meisten so kurze Instanzen werfen und nicht wirklich lang. Also nicht wirklich weit weg werfen. Nachfüllen braucht lange, finde ich. Die Frage, wann füllt man am besten nach? Ich weiß es nicht. Jetzt müsste es ja nochmal zurückgehen, oder? Ich habe mich gar nicht gesehen. Warum hast du... Okay, die guckt gar nicht nach hinten. Die guckt nicht nach hinten. Hi! Nee, das bringt nichts, glaube ich. Oh, lol! Sie guckt gar nicht nach hinten. Die Frau guckt gar nicht nach hinten. Es wird schwierig mit den Generatoren. Ich finde, ich spiele ziemlich zügig dafür, dass ich kein Barbecue und Chili mit habe. Ähm. Aber ich weiß halt nicht sofort, wo die sind, ne? Das ist so mein Problem. Oh, die ist tot. Oh, die ist tot. Das ist nicht praktisch. Oh, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass sie tot ist. Ach, der Generator wurde gemacht. Okay. Oh, und guck mal, der ist schon ziemlich weit zurückgegangen. Ich würde den da hinten gerne... Ja. Ja, ja. Würde ich doch nicht. Oh, meine Katze. Ich mache gerade richtig Faxen. Oh, willst du ein Verarschenspiel? Hier ist doch gerade jemand langer... Oh, was? Wenn du die nicht findest, ne? Mich interessiert die andere. Die Dingens hat nämlich... Wow, ich treffe ja jetzt. Holy shit, warum treffe ich denn jetzt so? Krass. Okay, es war eine sehr gute Idee. Es war eine sehr gute Idee, ihn jetzt zu spielen. Oh, okay. Ich darf anscheinend... Nicht durch Dingens werfen. Überhaken. Beziehungsweise muss besser zielen. Süße. So, ich glaube, was jetzt tatsächlich der Tod wäre, jetzt nachzuladen. Ich glaube, das sollte ich nicht tun. Weiß ich. Ich hoffe, der hat nicht... Nein, hat sie nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass wenn man jemanden verfolgt und kein... Getränke mehr hat... Ich wollte gerade Säfte sagen. Oh, jei, jei. Ich glaube, das bringt nichts nachzuladen. Ich glaube nicht. Oh shit, der ist nicht tot. Das ist natürlich nicht so gut. Da hinten. Die sind da hinten. Fuck, die sind da hinten. Einer ist nach links gelaufen, glaube ich. Wie schaffe ich das? So, ich muss ihn auf jeden Fall kaputt machen. Oh, okay. Das ist echt geil. Ah, bei ihr hat jetzt Brilleboost funktioniert. Hey, meine Hübsche. Hey, meine Hübsche. So. Nice. Boah, der ist echt krass. Aber ich glaube, da war... Ich muss gleich wieder schnell zurück. Da war nämlich noch eine Clodette, meine ich. Die hier... Die Streck hat... Ah, die ist gar nicht... Die ist mal nicht da hingelaufen, geradeaus. So. Bitte schön. Die ist immer noch nicht tot. Ei, ei, ei. Ist er gesprungen? Läuft da hinten lang? Hi. Fuck, das war jetzt kacke geworfen. Das war jetzt auch nicht gut geworfen. Die macht auf jeden Fall ordentlich Lärm. Ja, natürlich. Oh, getroffen. Ah, die wird nicht geholt. Doch, jetzt wird sie geholt. Oh, nein. Warum läuft sie mir denn entgegen? Oh, Kassa. Damit habe ich nicht gerechnet. Hui, 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 hui. So, jetzt muss ich gleich schnell zurück. Ich werde jetzt nicht nachfüllen. Ich muss zu dem Generator... Oh, die ist tot. Da hinten war... Ja, die ist da hinten. Ich sehe sie. So, der Generator geht jetzt hoffentlich nochmal zurück. Ich glaube, das Perk bringt mir gerade richtig was. Die war hier. Hi. Oh, Mama Puczynski. Kommen Sie zurück, bitte. Boah, krass, wie langsam die sind. Krass, wie langsam die sind. Heftig. Oh, nein. Da ist jemand. Oh, verkackt. Hui, ui, ui, ui. Boah, da hatte ich jetzt Glück. Oh, mein Gott, da hatte ich Glück, dass sie von der anderen Seite kam. Boah, da hatte ich jetzt richtig Glück. Und ich glaube, da hinten am Generator, ja ganz hinten, da ist noch eine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die da hinten ist. Verdammt, kann ich von hier aus leider nicht sehen. Nein, kann ich nicht mehr einsetzen. Verdammt. Ach, oh, ich bin so blöd. Das sind doch nur noch zwei. Oh, ich bin so blöd. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte nur eine getötet. Aber es sind ja nur noch zwei. Sorry, Süße, aber... Okay, sei denn, dass die andere noch unten ist? Ich glaube schon. Oh, lol. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe sie halt nicht gesehen. Ich habe sie nicht rausgehen sehen. Holy shit. Oh, wo ist die andere? Oh, ich habe sie gehört. Da ist sie. Hallo, Oma Poczynski. Jetzt hat sie noch, pass auf, jetzt hat sie noch Dingens. Nee, hat sie gar nicht. So, in den Keller bringe ich sie lieber nicht. Schönes Ding. Das hat jetzt echt Spaß gemacht. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert ohne Barbecue und Chili. Wow. Weil ich habe uns... Ah, wow. Ach, es gibt gar keine Punkte, wenn man die Flaschen nachfüllt. Krass. Krass. Cool. Der hat echt Spaß gemacht. Der ist wirklich stark. Die sind dann so langsam. Das ist echt heftig. Und den Bauch hat ein bisschen gewackelt. Oh. Oh, ich habe 31 Punkte mit ihm. Okay. 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 31.000. So viel habe ich aber nicht mal mit der Nurse. Was ist da los? Alles klar. Alles klar. Cool. Richtig cool. Feine Sache. Ach, guck mal, der hat eine Spritze mitgehabt. Ich habe gar nicht gesehen, dass er die eingesetzt hat. Oma Potinski. Wir starten direkt in die nächste Runde. Der hat echt Laune gemacht. Ich habe leider... Ich meine, ich habe keinen... Ähm, nee, Barbecue und Chili habe ich nicht auf ihm. Oder bin ich jetzt gerade blind? Nee, leider nicht. Ich habe auch keinen Ruin. Das ist tatsächlich bitter. Aber gut, was willst du machen? Müssen wir durch... Memento Mori. Soll ich mal mitnehmen? Komm, wir machen es mal. Und ich, wie gesagt, kann es jetzt nicht versprechen. Das könnte jetzt auch einfach nur... Hätte einfach... Kann auch einfach nur Glück sein. Ähm. Spielstunden. 1.400... Ja. 2.608. So, ich weiß, das klingt blöd. Aber ich möchte gerne, dass Memento Mori funktioniert. Und so gut kann ich ihn nicht spielen. Dementsprechend... Lasst mich bitte in eine andere Runde kommen. Ich habe schon gegen Killer gespielt. Gegen Survivor, die über 3000 Spielstunden hatten. Mit Anna und so. Das war kein Problem. Aber mit dem Clown. Wenn ich jetzt Mori einsetze... Ihr wollt ja auch was davon sehen. Ich auch. Ich bin mir nicht sicher, wie gut die gegen den Clown spielen können. Aber ich habe kein Barbecue und Chili. Ich habe kein Ruin. Wird sehr... Ja, ich habe Ruin auf 1. Ganz ehrlich, ich kann es auch einfach sein lassen. Das ist einfach wasted. Finde ich. Ähm. Ne. Das muss nicht sein. Oh. PUBG. Wird angezeigt. Gut, wenn die mir jetzt nicht anzeigen, wie viele Spielstunden die haben, dann ist das jetzt so. Dann nehme ich die jetzt auch einfach... Ne, ich nehme die jetzt einfach. Ich nehme die jetzt einfach. Ich hätte jetzt tatsächlich gerne mindestens Ruin. Die war hoch. Wäre wahrscheinlich auch geil auf ihn. Ähm. Gut. Mit Mori ist das jetzt egal. Äh. Ich hoffe, Tandatophobia auf 3 bringt mir was. Ich überlege tatsächlich irgendwie Nurse Calling, ähm, durch irgendwas zu ersetzen. Aber durch was, bitte? Erregung auf 1 trifft deine Wahlkönig. Ja, wobei, ich bin langsam und ich weiß... Oh, nee. Nee. Verblüffend. Ich benutze nicht wirklich Fenster. Tatsächlich nur selten ist alles andere auf 1. Wir belassen es so. Wir belassen es so und, äh, hoffen auf unser Glück. Oh, ich hoffe, Mori funktioniert. Und ich hoffe vor allem, dass die jetzt drinbleiben in der Lobby. Äh, nicht, dass sie jetzt rausgehen und sagen, hopp, auf dich haben wir jetzt keine Lust. Das wäre unnötig. Ja, das wäre tatsächlich jetzt, äh, ziemlich unnötig. Aber er hat echt Spaß gemacht. Also, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht mehr genau, wer es geschrieben hat. Ich meine, zwei haben es von euch geschrieben in den Kommentaren. So kannst du mal wieder Clown spielen. Und einmal war es in Verbindung mit, ähm, Stream. Ich weiß gar nicht jetzt, wie ich hab bestimmt in der Zwischenzeit mal wieder gestreamt. Ähm, aber ich dachte mir so, ja, okay, ich kann es auch verstehen. Er ist neu, man möchte ein bisschen sehen. Dann spielst du ihn jetzt einfach mal eine Runde und schaust mal, wie es funktioniert. Und das hat jetzt echt Bock gemacht. Es kann natürlich sein, dass die Runde jetzt absolute Katastrophe wird. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Glück mit den Generatoren. Ich hatte auch nicht wirklich viele Paletten, hatte ich das Gefühl. Ähm, um, ich, ja. Ich dachte tatsächlich, mit dieser Map wird es schwierig. Aber gut, es hat funktioniert. Ähm, aber ich würde mir, ja, Barbecue würde ich mir wünschen, tatsächlich. Noch mehr als Ruin. Ich verschwende viel Zeit mit Suchen. Ähm, das ist wirklich blöd. So, hier könnte es sehr interessant werden. Oh. Ah, ja, 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 ja. Wir probieren unser Glück. Probieren, habe ich gerade probieren gesagt. Ach, guck mal, da hinten läuft direkt einer. Also mehrere. Oh, okay. Oh ja, schön mit Licht. Ich habe sie gehört, sie hat sich im Gras bewegt. Boah, die ist richtig toxic, die gute. Mit der werde ich richtig Spaß haben. Ja, ist... Oh mein Gott, warum bleibe ich da stecken? Oh. Das Ding ist, sie hat... Ähm... D-Strike. Dementsprechend werde ich sie jetzt so hoch nehmen. Und sie wird zu 100% D-Strike einsetzen. Doch nicht. Dann wird es auf jeden Fall noch... Ja, okay. Sie wird es wahrscheinlich einfach noch für später brauchen. Aber sehr mutig, was ich hier mache. So, ich darf Mori nicht vergessen, Leute. Ich darf definitiv Mori nicht vergessen. Ich habe die hier irgendwo gehört. Hi. Ich dachte, ich hätte eine Mech gehört. Oder eine Claudette. Komm her, Mäuschen. Ich will doch nicht nachladen. Aufladen. Ich will mal aufladen sagen. Hier ist doch bestimmt... Da ist ein Haken, der ist näher dran. Zwei Generatoren sind schon gemacht. Ich habe ein bisschen Respekt vor der Runde. Oh, nachladen dauert... Aufladen dauert so lange, finde ich. Gut, aber sonst wäre er wahrscheinlich ein bisschen stark. Da ist von irgendwo jemand runtergesprungen, glaube ich. Warte mal. Oh, schaffe ich noch? Ja. Bei ihr funktioniert Sprintboost. Bei Markus letztens hat es nicht funktioniert. Das ist sehr merkwürdig. Und die kann ich direkt mit Mori töten. Die werde ich auch direkt mit Mori töten. So. Komm her, mein Hübscher. Oh. Oh. Das ist so gut gemacht. Ich glaube, hinter mir ist einer. Oder auch nicht. Oh. Ich bin froh, dass ich die los bin. Leute, ich habe Mori nicht vergessen. Ach, schönen Spiele, danke. Ich sehe ihn nicht. What the fuck? Oh. Was? 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 Ich mache jetzt die Dinge jetzt einfach kaputt. Oh, lol. Bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Oh, lol. Oh, lol. Den habe ich verkackt. Oh, lol. Ich dachte, der würde nochmal rüberspringen. Okay. Die war ein bisschen gewastet von dir. Ich hoffe, das weißt du auch. Aber jetzt habe ich leider keine Tränke mehr. Aber da ist keine Palette mehr. Da ist keine Palette mehr. Da ist keine Palette mehr. Guck, so nach hinten. Hat er, hat er. Ja, hat er, hat er, hat er. Der wusste ich doch, dass du es hast. Juhu. Oh, die können wir auch töten. Nice. Nice. Boah, hier sieht man das noch viel mehr. Num, 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 num. Boah, und diese gelben Fingernägel. Ähm, ich hätte jetzt auch aufhängen können und, äh, ja. Ähm, hätte mir jetzt aber nichts gebracht, tatsächlich. Ich habe Barbecue und Chili nicht. Ich weiß nicht, wo die anderen sind oder wo die anderen gewesen wären. Weil sonst mache ich das so, dass ich die nicht sofort mit Mori töte. Meistens vergesse ich auch Mori. Ähm. Ach, jetzt kann ich meinen Perk ja nicht einsetzen. Das ist natürlich bitter. Stimmt, ich kann meinen Perk nicht einsetzen, weil ich ihn gemorriht habe und nicht aufgangen habe. So, mit brutaler Stärke. Oh, ist natürlich schön. Die Generatoren sind hier alle in der Nähe. Da habe ich jetzt ein bisschen Glück, will ich behaupten. Krass. Okay. Ich wusste irgendwie, dass einer war. Ich... Oh, fuck. Ich wollte jetzt schlagen. Das hat nicht funktioniert. Tschüss. Komm her, Mäuschen. Da ist auch keine Palette mehr. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, da ist er hinten, ne? Ja. Da unten ist noch eine Palette. Ja. Oh, der wird eklig. Komm her. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich muss wieder zum Generator. Ja. So, ist jetzt noch rechts gelaufen? Oh, lol. Den Generator mache ich gleich kaputt. Ich hoffe, ich habe dafür jetzt noch Zeit. Aber ich glaube schon. Erst hänge ich sie auf. Und dann kann ich mit meinem Perk den Generator kaputt machen. So. Der, der, das Perk müsste jetzt eine Hilfe sein. Okay. Ein Ding ist zurückgegangen. Ich habe ihn gehört. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Hi. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört. Da liegt's. Gut, Mori ist jetzt leider ein bisschen dafür verbraucht. Aber ist jetzt nicht schlimm. Ich will jetzt mit denen auch nicht farmen. Außer er hat jetzt noch die Strike und geht sie dann noch retten. Die hatte ich noch gar nicht aufgehangen, ne? Ach, wir hatten zwei Moris. Das war jetzt auch wunderschön. Oh, nice. Schreit er eigentlich auch, wenn... Nee, schreit er nicht. Oh, wenn er sich jetzt befreit, dann werde ich ihn auf jeden Fall morieren. Oh, das klingt fies, oder? Huh, er hat sich nicht befreit. Das war jetzt auch sehr interessant. Krass. Ich bin gerade wirklich überrascht. Auch in der Folge davor schon. dass es gut klappt. Ohne Barbecue und Chili. Tatsächlich. Ja, sehr überrascht. Sehr überrascht. Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht so viele Punkte wie im Spiel davor, weil ich Mori eingesetzt habe und die nicht so oft am Haken ging. Aber es ist in Ordnung. War trotzdem eine sehr interessante Runde. Oh, habe ich vergessen, eine Opfergabe mitzunehmen. Ich glaube, ich habe vergessen, eine Opfergabe mitzunehmen. Ach, ich hatte ja Mori mit dabei. Oh mein Gott, schmeiß mich weg. Okay, das hat Spaß gemacht. Das war eine sehr interessante Runde. Ich glaube, ich sollte den Clown auf jeden Fall öfter spielen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Passt auf euch auf. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.